meine damen und herrn dann machen wir weiter aber ganz schön kapitel derzeit ich hab zeit während gänky fan aufspürt ich sollte mal die app checken da eine könne schießt mich tot finkerteller Das ist bei der Dingsbums. Raus aus dem Lärm. Wo ist denn die Simson? Der Final Curtain, was da? Breaking Fool Noise, was da? Es ist Dame, König, Spine, Spion. Tinker, Tailor, Spider, Spice da. Ja, viel mehr zu uns sind jetzt mit der noch. Ach gut, die habe ich jetzt schon abgeschlossen. Na genau. Das kommt dick ab dem Blatt. Machen Sie die Schotten dicht, Leute. Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts, ein übler Schneesturm, zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorräte ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky, das länger hält als jeder radioaktive Fallout. Übrigens schlechte Nachrichten, falls Sie vorhatten, mit den Schwiegereltern zur Trinity Church zu gehen. Teile dieses Heiligen Wahrzeichens sind jetzt nur noch Schutt, nachdem Spider-Man und Tinkerer sich dort wieder einmal geprügelt haben. Zum Glück konnte Roxxon den Tatort schnell sichern. Derzeit weiß niemand, wo sich die beiden maskierten Missetäter aufhalten. Aber wichtiger ist, dass Roxxon sich großzügigerweise bereit erklärt hat, die Kosten für den Wiederaufbau zu übernehmen, obwohl sie den Schaden gar nicht selbst verschuldet haben. Von dieser Art Selbstlosigkeit brauchen wir zu dieser Jahreszeit mehr, Leute. Roxxon steht jetzt auf meiner guten Liste. Dreimal dürfen Sie raten, wer auf der schlechten Liste steht. Alle fangen mit Spider an und hören mit Man auf. Das ist ja der Anzug, der mir noch fehlt in der PS5 Person. Das ist wohl noch nicht da. Oh Mann! Das Ostcorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Oh mein! Der Energiekonverter für Nimi damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Nuformin stabil genug machen, um die Rockthorne Plaza hochzujagen. Oh. Als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mann bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Ostcorp Science Center. Die muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nuform mit. Oder ich vernichte es. Die Festtagsaison scheint jedes Jahr nicht. Ja, Fug. Ja, komm, oder war das? Ich kann dich da nicht rauslassen. Lass Krieger und Tinkerer das ausfechten. Du kannst wieder Spider-Man sein, wenn das hier vorbei ist. Ach, ich soll mich hier verkriechen? Hm. Ich kann mir meine Aufgaben nicht aussuchen. Ich muss Finn aufhalten. Nein, du musst überleben. Ich wollte dir das beibringen. Aber du hörst nicht zu. Du willst also, dass ich überlebe? Und verrätst mich an Krieger? Das war kein Verrat. Klar. Ich mein's ernst. Du solltest nicht geschnappt werden. Krieger hat mich verarscht. Du wolltest Kontakt zur Familie. Und das kommt dabei heraus? Ich rette dein Leben. Du spürst mich in eine Zelle. Um dich zu schützen. Das verstehst du, unterschützen? Verdammt, Miles. Ich will dich nicht auch verlieren. Und ich lasse nicht zu, dass andere meinetwegen sterben. Du hast mich unterschätzt. Ich will nicht. Aber hier kann ich nicht bleiben. Dann tue ich, was ich tun muss. Dich schützen. Seine Tantechnik. Ich muss sie kurz schließen. Hier geht es nicht um mich, sondern um dich. Du hast Angst. Gib bloß nicht mir die Schuld. Wann verstehst du endlich, dass ich für diese Stadt wachsen muss? Was wirst du verstehen, dass du das nicht kannst? Du begreifst es nicht. Ich bin der Einzige, der dich retten will. Und ich will alle anderen retten. Nein, das ist wieder. Ich will alle anderen retten. Und ich will alle anderen retten. Ich will alle anderen retten. Du glaubst, du kannst Inkeraats noch besiegen. Ich muss es versuchen. Ja, das ist wieder jetzt. Nicht, wenn wir sie besser machen! Du stellst dich gegen den, die du nicht schreien kannst! Und wer hat das doch gemacht? Das ist dein Name! Soll deine Mom dich auch begraben? Das lasse ich nicht zu! Hologramme? Mehr Technik von den Boxern-Freunden? Du hörst mich an! Du kannst dich sehen! Nein, aber ich weiß, dass die Leute zu mir anschauen! Du hättest mich nie als Spider-Man erklärt! Das Risiko, dass ich eingehe! Du hast recht! Ich hab schon genug tote Helden in meiner Familie! Ich wusste, dass du es nicht hast! Wie weit willst du gehen? Willst du dich umbringen, um der Muske würdig zu sein? Wenn es sein muss! Wenn es sein muss! Wenn es sein muss! Mach das nicht! Ich tue, was ich tun muss! Familie-Drama! Ich weiß, ich hab's versaut! Du bist enttäuscht! Aber wir sind Familie! Familie? Und trotzdem hast du mich belogen! Mich manipuliert! Mich bekämpft! Familie zu sein, das macht das nicht wett! So muss es sein! Du, ich, dass wir uns hassen! So war es auch zwischen mir und deinem Dad! Ich will das nicht wiederholen! Ich auch nicht! Aber ich werde nie so sein, wie du mich haben willst! Ich muss helfen, wenn ich gebraucht werde! Ich will's einfach besser machen! Hm! Dicker als Blut! Genau, die kämen eigentlich danach! Dann haben wir jetzt zwei nachher! Ich dachte, ich sei fertig mit ihm! Für immer! Tut mir leid! Das… Das war sicher nicht einfach! Ich musste es tun! Ich bin unterwegs im Science Center! Melde dich, wenn's in Harlem eng wird! Mach ich! Viel Glück, Spider-Man! Hallo, das ist die letzte Chance auszusorgen. Hier ist Miles. Ich weiß, ich bin der Letzte, mit dem du reden willst, aber du musst mir zuhören. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wenn er in Kontakt mit impfstabilen Nuform... Die Länge Ihrer Nachricht hat das Nutzerlimit überschritten. Bitte legen Sie auf. Ich ruf Sie später an. Mann, das ist ja noch vor dem Ende-Story. Okay. Geh mal rein. Das Museum schließt wegen Renovierung und der Underground zieht ein. Finn muss drin sein. Da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Und da ist ein Sniper. Da ist ein Sniper. Das war's für heute. Wo muss ich denn noch rein? Ja! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das wird gehen. So weit für die Netze. Das war's. Ich hasse das, ne? Passt nicht. Das passt doch nicht. Das war's. 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 Komm schon, lahme Ente. Ich will unser Projekt sehen und zahlen diesem Jahrhundert. Ich komme, ich komme. Hey, und wo sind wir? Ich habe den Museumsplan auf dem Handy. Unser Projekt ist in der Sonderausstellung, Oberster Stock. Unsere Namen auf einem kleinen Schild, wie bei echten Wissenschaftlern. Heute das Oscorp Science Center. Morgen alle großen Museen auf der Welt. Die Sonderausstellung ist oben. Da ist der Aufzug. Nee, habe ich nicht. Habt ihr Karten für die Sonderausstellung? Oh, unser Projekt wird ausgestellt. Ich dachte, wir brauchen keinen. Doch, und sie sind ausverkauft. Ich kann euch nicht hochlassen. Trotzdem danke. Also müssen wir anders rein. Sie sagte, es ist ausverkauft. Ja, aber siehst du die Tür? Der Flo dahinter führt um den Auftritt. Verschlossen. Ich kenne solche Schlösser. Man kann sie mit einem Lichtstrahl öffnen. Licht haben wir in den Handys. Aber das reicht nicht weit genug. Doch, wir müssen nur etwas Reflektierendes unter der Tür durchschieben. Etwas Reflektierendes. Und es wäre gut, wenn es variabel wäre. Variabel? Meinst du damit formbar? Ach, wie gewählt du dich manchmal ausdrückst. Klappe. Oh. Hallo? Solarspiegel mit Kleber auf der Rückseite. Perfekt für ein lichtempfindliches Schloss. Jetzt brauchen wir etwas, das unter der Tür durchpasst. Ich hasse es immer, wenn die immer sich in den Pissweg stellen. Stell dir mal vor, damit die Fünfte runterzufahren. Weg da, Fußgänger! Ich habe auch nicht mal einen Spastiker. Ich finde, es ist so richtig bindet, ne? Du musst jetzt hier irgendwo langlaufen. In der Hoffnung ist, triggert genau das auf, was du brauchst. Wir müssen hierbei aber echt super duper leise sein. Ich bin Meisterin der Geriffführung. Ich kann ganz gut lügen, wenn ich muss. Klar. Da gucken wir ihn mal runter. Formgedächtnis Legierung. Ich kann die Form über die Museums-App ändern. Fällig verrückt. Ist das ein Metamaterial? Fisch? Ja. Nimm es. Lass dich nicht erwischen. Ich hab's. Weg hier. Oh Mann. Tut mir leid. Alles gut. Ich kleb den Sticker auf. Und dann ist die Tür dran. Das ist entweder genial oder richtig, richtig dumm. Wenn wir irgendwann unten... Ich hab Licht. Sag mir, wenn der Sticker auf den Sensor gerichtet ist, dann mach ich's an. Noch hat's uns niemand gesehen. Schnell jetzt. Es hat geklappt. Geschafft. Komm schon. Unser Projekt wartet. Ach, das war Wahnsinn. Ich werde unsere gemeinsamen Aktionen vermissen. Wovon redest du? Äh, hallo? Du bist ab nächster Woche an der Brooklyn Visions. Ich nicht? Ich löse mich doch nicht in Luft auf. Wir sehen uns trotzdem. Du wirst beschäftigt sein. Nicht so beschäftigt. Ich werde schon Zeit finden. Ganz ehrlich. Okay. Jetzt wird's schnulzig. Los, gehen wir hoch. Hey, Dad. Hey, Miles. Hi, Mr. Davis. Finn lässt grüßen. Habt ihr beiden Spaß? Macht auf jeden Fall ein Foto von eurem Projekt. Dad, es ist keine große Sache. Doch, das ist eine große Sache. Okay, okay. Wir machen ein Foto. Hab dich lieb, Dad. Wir machen ein Foto. Na, also. Unser Projekt ist da hinten. Ob unser Converter angeschlossen ist? Der ist ansonsten nicht sinnlos. Aber sie müssen Biomasse zuführen. Vielleicht aus einem Müllall. Bitte passt das nicht an! Wollen wir gehen? Noch nicht. Unser Projekt. na sie mal eine echte preisgekrönte wissenschaftler wir wussten nicht dass wir in der sonderausstellung sind kostet extra wie bist du reingekommen habe ein gekauft wie seid ihr reingekommen nicht so wichtig hey kommt mal her wir machen foto du musst auch mit drauf sein du hast uns schließlich geholfen ok ok gut 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 rück mal okay sagt alleine das werde ich nicht sagen du musst wissen ich höre dir nicht mehr zu ich muss dir sagen was mit dem reaktor ist das Macht euch beileid! Das wirst du noch bereuen! So, ein Bier! Ganz schön klein für ein Superhelder! Zeit, dich auszuschalten! Wir müssen schwenken! Oh, kommt schon! Das ist mein Lieblingsmuseum! Das ist mein Lieblingsmuseum! Und alles schaffst du nicht! Nichts alleine! Geh nur da hin! Das hat nichts mit dir zu tun! Das ist mein Lieblingsmuseum! Der Underground ist jetzt hier und auch ein Rockland-Panzer. Alle Straßen aus Harlem aus sind blockiert. Wo bist du? Bei eurer Wohnung. Wir suchen Unterschlupf. Geht zu Theos Bodega. Ich komm bald nach. Wir beschützen alle, die so lange wir können. Ich muss sie ausschalten, bevor ich durch Alarm gehe. Ich hab zwei Männer im Visier. Ich hab zwei Männer im Visier. Macht doch! Das wird ein Kino! Digi, als ob, Digga, du Bastard. Hallo, geh doch mal hoch, du Wichser. Du bist ein Schwächling, Spider-Man! Ich bin ein Schwächling. Ich bin ein Schwächling! Keine Ahnung! Feuer! Nimm das! Herzog, haben wir dein letzter Fehler! Ich muss zurück nach Haarlem! Jetzt! Bevor Finn den Reaktor zerstört! Genki, melde dich! Wie läuft die Evakuierung? Schlecht! Roxxon und der Underground sind überall! Es ist wie im Krieg! Seid ihr sicher, meine Mom? Wir sind jetzt in, ja, für ein Dutzend Leute, aber wir sind nicht gefettet! Ich hör dich nicht! Wo bist du? Genki! Falls du mich hörst, ich bin unterwegs! Felix! Halte durch, Mann! Bitte! Wie viele Fertigkeiten habe ich denn in einem? Was für ein heftiger Sturm! 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 Genki! Kannst du mich hören? Genki! Durchhalten, Leute! Ich komme! Ich werde den Pakt zerstören! Oh nein! Was ist das? Wir müssen den Park halten! Halte sie auf! Da kommen mehr! Ich muss den Park räumen, wenn ich dich hier zurückdrängen will! Ich kann kaum zwei Meter weit sehen! Das ist verrückt! Das war's! Ihr seid ein wenig! Die Geschäfte sind bisher noch ganz, aber das bleibt nicht so, wenn die Kämpfe nicht aufhören! Der Arm von Schlagen! Die Schäfte sind bisher noch ganz, dieisyungen auszahlen! Der Arm von Schlagen! Die Arme werden im Bereich abgeresselt! Die Arme hat uns hier eine Ausbeinflust량! Der Arm von Schlagen! Die Arme hat uns hier ab! Der Arm von Schlagen! Wenn ich die Schaden sehen werde, ist dann ist es so, wenn die Schaden zu spielen! Alle Traumferien sind nicht in Ordnung! Ich hab zwei gebrochen Leute an der Kreuzung! Konzipan! Ich greife das Tier an! Der Underground ist hier! Wir kämpfen noch auf den Dächern! Es ist echt übel! Lange hält er nicht mehr durch! Ja! 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 Ich bin aus bestimmten Trainingsgeladen ¡Oh! Ich werde auch ganz gut! Oh! 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 Schalt den Spider-Man auf! Er gibt dich! Stopp auf! Spider-Man Elvis! Er ist viel zu schnell! Halt dich! Miles, kannst du mich hören? Wir sind in... Keki, ich will Richtung Osten. Wo bist du? In Theos Bodega. Das ist richtig übel. Du musst schnell hip-kopf. Sie sind in Theos Bodega. Ich bin fast da, aber ich muss das Dropzone um den Underground ausschalten, damit es sicher ist. Das ist unser Wohnblock. Bitte nicht abbrennen. Der Schnee wird immer dichter. Ich muss in Richtung der Schüsse. Hör mal werfen! Du weißt, du weißt, du brauchst uns! Alles! Tut ihn auf den Klo! Das bei mir, wenn du nicht schaust! Die kämpfen immer noch da unten. Wenn du weißt, du hast ihn in Richtung. Er ist für die helgen! Der Kerl bin in Richtung gefangen. Ich bin im Hintergrund gefangen. Ich zieh der Pick. Ich mach dich fertig. Göttchen klein war ein Superhelden. Scheint nicht auszuschreiten. Scheint nicht auszuschreiten. Scheint nicht auszuschreiten. Du bist ein Schwächel, Spider-Man. Das ist ein Weg! Das ist jetzt wieder so hähnerissig, ne? Weil ich komm jetzt hier auch nicht. Ich komm noch nicht weiter. Und das ist das Problem mit den Spielen. Das Spiel ist drei Jahre alt und immer noch verpackt. Ich glaub den letzten Scheiß, du bist dann wieder nochmal neu spielen. Die Dächer sind sicher, die straffen nicht! Direkt der Röpper! Ja! So! Alle! Alles gut! Ich hab ihn! Ich glaub der ist wie wohl egal! Mann! So, wie ist denn alle okay? Ja, komm! Ja, komm! Alles gut! Ja, komm! Ja, komm! Ja! Ja! In der BND! Ja! 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 ja komm du kannst tausendmal schlagen ja 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 Genki! Genki, wo bist du? Kommt ihr da irgendwie weg? Leute! Leute! Hört zu! Wir müssen hier weg! Aber ich kann nicht alle von euch tragen! Sie hat schon angefangen. Spiderman-Gesicht! Verschwinde, ihr Kleiner! Du hast wichtigere Dinge zu tun. Er hat recht. Geh. Wir übernehmen das hier. Ich komme wieder. Ich weiß. Okay, Leute. Seht hinter jede Tür. Wir lassen niemanden zurück. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Die haben es nicht anders verdient! Nein! Der Reaktor! Krieger hat aufgerüstet! Du zerstörst nicht nur die Roxxon Plaza. Du machst ganz Harlem dem Erdboden gleich! Ich lasse mich von dir nicht mehr anlügen! Es ist zu spät. Und was du planst! Acht! 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 Ich kann das nicht zulassen. Du kannst mich nicht stoppen. So, an dieser Stelle muss ich nochmal einen Cut machen und wir gehen uns dann gleich am nächsten Folge uns an dieser Stelle wieder.